Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal darum, wie man Wellenzittiche eigentlich gesund ernähren kann. Das ist allerdings nur eine Möglichkeit. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Und ich gehe in dem Video ausschließlich auf die gesunde Ernährung ein. Ich werde noch ein anderes machen zur abwechslungsreichen bzw. guten Ernährung. Kommen wir als erstes zum Futter. Das Futter ist natürlich sehr wichtig und spielt eigentlich die größte Rolle bei der Ernährung von Wellenzittichen. Ihr solltet vor allem auf die Zusammensetzung eures Futters achten. Es soll nicht zu viel Hirse enthalten sein. Was auch ganz wichtig ist, ist die Farbe des Futters. Wenn das Futter stark glänzt, dann ist es meistens nicht so gut. Wenn das Futter so wie hier auf den Bildern, die man jetzt sieht, aussieht, dann hat das Futter eine sehr gute Qualität. Und was ich euch da empfehlen kann, ich werde dafür jetzt nicht bezahlt oder so, das ist das Futter von Körnerbude, Mixerama oder auch Ricos Futterkiste. Denn das hat wirklich eine sehr gute Zusammensetzung. Nicht zu viel Hirse, aber natürlich schon einen gewissen Anteil an Hirse und halt noch viele weitere gesunde Saaten für eure Wellensittiche. Und es gibt ganz viele verschiedene Zusammensetzungen, die halt auf die Bedürfnisse eurer Wellensittiche angepasst werden. Und das ist somit halt auch wirklich gut, da viele Saaten dabei sind, wie zum Beispiel auch Grassamen, Senegalhirse, die wirklich sehr gesund für Wellensittiche sind. Und halt nicht dick machen, ihnen aber trotzdem alles liefern, was sie benötigen. Worauf ihr auch achten solltet, ist, dass ihr das Futter eventuell je nach Jahreszeit ein bisschen anpasst. Zu eurem normalen Hauptfutter solltet ihr auch Zusatzfutter anbieten. Als Einzelsaatart eignet sich sehr gut Senegalhirse, aber auch Japanhirse, denn diese machen überhaupt nicht dick, schmecken den Wellensittichen sehr gut. Also bei meinen sind es mit die absolut beliebtesten Zusatzfutter und ja, sie sind halt sehr gesund, machen nicht dick und schmecken den Wellensittichen sehr gut. Aber ihr solltet auch generell ein Hauptfutter haben und verschiedene Zusatzfutter und ein paar Einzelsaaten. Also wirklich Hauptfutter, eine Zusatzfüttermischung oder halt zwei oder drei und dann noch Einzelsaaten und dann könnt ihr das mixen. Also das ist natürlich kein Muss, aber das kann ich euch nur empfehlen, denn so haben die Wellensittiche Abwechslung und halt viele verschiedene gesunde Saaten und Zusammensetzungen an Futter. Was man auf jeden Fall auch anbieten kann und was wirklich sehr gesund ist, ist, wie man hier sieht, Grassamen. Die sind sehr gesund für die Wellensittiche, schmecken ihnen auch sehr gut und sind so eine Art Leckerli, machen aber überhaupt nicht dick. Und das ist natürlich auch ein natürliches Futtermittel, denn in der Natur ernähren sich Wellensittiche hauptsächlich von Saaten, von Gräsern. Und aus diesem Grund könnt ihr natürlich auch frische Gräser anbieten, wie zum Beispiel Knallgras oder Rispengräser. Das eignet sich vor allem im Frühling und im Sommer sehr gut. Im Winter könnt ihr dann aber auch natürlich getrocknete Gräser anbieten, die ihr entweder kauft oder halt im Sommer gepflückt habt und getrocknet haben. Denn das freut die Wellensittiche, sie haben sehr viel Beschäftigung und es ist gesund und schmeckt ihnen sehr gut. Was ich auch oft anbiete und was tatsächlich auch sehr gut bei den Wellensittichen ankommt, sind einfach ganz normale Gräser, die ihr draußen sammelt. Vielleicht in eurem Garten und ihr solltet halt darauf achten, wo ihr die Gräser sammelt. Dazu habe ich aber auch ein Video gemacht. Könnt aber natürlich auch Spitzwegerich anbieten. Also es muss nicht unbedingt normales Gras sein. Da habe ich auch ein Video gemacht, was alles geeignet ist. Jetzt kommen wir mal zu den Leckerlis. Natürlich sagt man immer, dass Wellensittiche von Kolbenhirse dick werden können, wenn sie davon zu viel fressen. Trotzdem ist Kolbenhirse einfach eines der absoluten Lieblingsleckerlis von Wellensittichen. Und deshalb dürft ihr natürlich Kolbenhirse anbieten. Und zwar rote und gelbe. Das ist ganz egal. Wenn ihr das in Maßen anbietet, werden eure Wellensittiche auch nicht dick und es ist trotzdem gesund. Was ihr aber auch anbieten könnt und was nicht dick macht, ist vor allem Rispenhirse, was auch bei einigen Wellensittichen sehr gut ankommt. Oder auch Perlenhirse und viele weitere Hirsearten. Also solche Hirse, wie man jetzt hier auf diesem Bild sieht, ist eigentlich alles geeignet, wenn man es in Maßen anbietet. Jetzt kommen wir mal zu Gemüse. Zur gesunden Ernährung zählt natürlich auch das Gemüse dazu. Und da ist bei den meisten Wellensittichen die Gurke an erster Stelle. Und Gurke ist auch sehr gesund, da Gurke sehr viel Wasser enthält, aber auch viele Vitamine. Was auch sehr gut bei Wellensittichen ankommt, ist Salat. Das ist eigentlich egal, welchen Salat ihr nehmt. Und ihr solltet bei jeder Gemüseart immer darauf achten, dass es nicht gespritzt ist und am besten Bio-Gemüse verwenden. Im besten Fall aber trotzdem davor natürlich abwaschen. Zucchini ist auch sehr gesund für Wellensittiche. Ansonsten könnt ihr auch noch lauter anderes Gemüse anbieten. Das ist eigentlich relativ egal. Karotte ist auch bei einigen beliebt. Ihr könnt auch Paprika anbieten. Wie gesagt, alles was ich euch in dem einen Video mal genannt habe an Gemüse ist okay. Zur gesunden Ernährung zählt allerdings nicht unbedingt das Obst dazu. Also das nicht, wenn ihr eure Wellensittiche nur gesund ernähren möchtet. Deswegen ist in diesem Video jetzt hier nur das Gemüse. Trotzdem könnt ihr natürlich auch mal ein Stückchen Obst anbieten. Als nächstes zählt auf jeden Fall Grit dazu. Wellensittiche benötigen Grit. Es ist sehr wichtig für ihre Verdauung. Deswegen bietet immer Grit an und macht diesen auch regelmäßig frisch. Ansonsten brauchen Wellensittiche natürlich auch andere Mineralien und Vitamine, die sie in der Natur aufnehmen können. Ganz wichtig sind Sepia-Schalen und auch Mineralsteine. Ab und zu solltet ihr auch auf jeden Fall Kalksteine anbieten. So und jetzt nochmal in Bezug auf das Futter. Ich habe sehr viele verschiedene Fütter. Ich habe ein Hauptfutter und ganz viele Zusätze, wie man sieht. Und wenn ihr da immer Verschiedenes zusammen mischt, ist das auch sehr gesund für die Vögel. Es bietet ihnen Abwechslung und auch Freude, da sie halt nicht immer monoton dasselbe fressen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dieses Video war jetzt nur zur gesunden Ernährung, wie gesagt. Ich habe noch ein anderes Video zur Abwechslungsreichen und ich mache noch ein weiteres Video zur Ernährung. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und helfen konnte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!